Rechts drin, ja gut so. Und dann gehen wir da durch zum Schritt. Das Galoppier ist gleich hin, lass dich so schreckigen, wie du es bei der Marie gesehen hast. Denn den alten Galoppier lassen, jetzt hat er Freude am Ziel. Und dann gehen wir da. Guck dir kurz die Seite an, guck mal dahin, wo du hin links. Schau dir bitte der kurzen Seite an. Eine halbe Wollte nach rechts rein, bis auf die Mitte hin. Linie. Und dann eine halbe Wollte links rein. Manche ist direkt an uns vorbei, ausgelaufen. Und stell dir jetzt jeden Tag vor. Und dann parierst du wieder zurück, reit durch die halbe Bahn wechseln. Und so, jawohl. Und dann los, lass dich dann ausgelaufen. Stell dir wieder vor, du galoppierst neu rechts an. Setz dich schwer hin, schau dich auf. Stell dir wieder vor, du galoppierst jetzt.